Uuuu! Da ist Klammer! Uuuu! Uuuu! Was ist los? Wir haben als Ziviler hochgezieht die Schule hochgerüstet. Kein Vorfest. Sie sind am Rühlen. Ich muss brennen. Mein Schollen ist weg. Ist es dann nicht mehr rum gewesen? Sie sind weg. 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 Nachher ging ich in die Stadt. Ich habe eine Krankheit ausgerufen. In Amerika heisst das weisse Haus. Sie sind weg. Lachen. Lachen. Sie sind weg. Lachen. Das ist, was passiert. Jetzt ist es hoch. Endlich. Lachen Sie sich. Lachen Sie sich. Lachen Sie sich. Was war das Bundeshaus? Jetzt wird noch einiges kommen. Nachdem ich mich im Wald gefunden habe, habe ich einen kleinen Stein gefunden. Ich habe einen ganzen Tipp bekommen. Richtig, ganz ein Tipp. Wieso? Wegen vielen Marzipanen. Hast du hier einen Slapkuchen aus? Ah! Ich habe ein paar Mieter in den Jungen. Dann bin ich auf das. Ah, Lino! Ich sage es hier. Eines zu trinken. Ha! Sofa! Oh, mein Gott. Ich schlafe wieder. Wie sieht es denn? So eine weise Chalet. Aus Holz. In der Herzen. Wie viele Nachwärts lang. Ja, was ist denn? Doch mal, dass die kleine Hochzeit noch feiern sind. Da, da hat sie noch eines. Da hat sie noch eines. Der Polzbauer von Andiluft gespielt. Sieht, er warst in den Hexenhäuschen. Oh, das ist ein Chalet. Danke für alles. Ich fand es. Und oft sind dran und reden. Dann haben wir dran. Post. Karaisentrum. Und unten. Geribel und Aldi. Und dann hast du den Dorf geladen. Oh, 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 oh. Aber die Post ist nebenan. Wie die Post? Ist es eben am Dorf. Dann unten. Kauft alles ein. Ich kann euch sagen. In der Berner Vio. Der langsam kriegt die Pfand. Und schaut. Die 30 Personen. Die Schikaner kommen gleich noch. Die im Weichsjahr abgetreten. Wir haben eine Schule. Und dann auch noch auf der Strasse.